Biomarker bei Glium. Ich beginne mit einem sehr wichtigen Biomarker der IDH-Mutation. In dieser RTÖG-Studie wurden Patienten mit Glium-WAU-Grad-3 mit oligodendroglialer Komponente untersucht. Wenn man sich das Überleben anguckt, wenn die Patienten nach der Operation noch eine Bestrahlung erhalten haben, sieht man, dass die IDH-mutierten Patienten mit 6,8 Jahren ein erheblich besseres Überleben zeigten als die Patienten mit IDH-Wildtyp, welche im Median nur 1,3 Jahre überlebten. Dieses bedeutet, dass IDH ein prognostischer Biomarker ist. Guckt man sich jetzt die Ergebnisse an, wenn die Patienten nach der Bestrahlung noch eine PCV-Chemotherapie bekommen haben, sieht man, dass die IDH-mutierten Patienten extrem davon profitiert haben und ein signifikant besseres medianes Überleben Patienten mit 14,7 Jahren gezeigt haben. Bei Patienten mit IDH-Wildtyp ergab eine zusätzliche Chemotherapie mit PCV keinen signifikanten Unterschied des medianen Überlebens. Aber für die IDH-mutierten Patienten ist dann IDH ein prädiktiver Biomarker für das Überleben der Patienten. Wenn man dieses jetzt mal in einer Tabelle zusammenfasst, kann man sagen, dass IDH-mutierte Patienten eine bessere Prognose haben als Patienten mit IDH-Wildtyp und die IDH-mutierten zu der Bestrahlung auch noch eine PCV-Chemotherapie erhalten sollten. Es gibt jedoch noch weitere Biomarker, auf die ich jetzt auch eingehen werde. Das eine ist 1P19Q-Kodeletion. Dies ist die gleiche Studie von der RTUG, welche jetzt einmal untersucht hat, wie das Überleben der Patienten ist, wenn sie eine 1P19Q-Kodeletion haben oder nicht. Und die 1P19Q-Kodeletion ist ein klarer prognostischer Biomarker für ein besseres Überleben. Wenn man sich bei diesem Biomarker anguckt, was passiert, wenn man PCV hinzugibt, ist das wie bei IDH, dass das Überleben bei den 1P19Q-Kodeletierten extrem viel besser ist und bei den nicht-Kodeletierten keinen Einfluss hat. Insgesamt heißt das, dass auch 1P19Q-Kodeletion ein prädiktiver Biomarker für das Ansprechen auf eine PCV-Chemotherapie ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, das ist die gleiche Studie, was ist mit Patienten, die eine Mischung von IDH und 1P19Q-Kodeletion haben? Hier einmal eine Zusammenstellung. IDH mutiert dann mit Kodeletion oder ohne oder IDH-Wildtyp ohne Kodeletion, denn IDH-Wildtyp mit 1P19Q-Kodeletion liegt faktisch nie vor. Die Patienten, die eine IDH-Mutation haben und eine Kodeletion haben zwei prognostisch günstige Faktoren fürs Überleben und für das Ansprechen auf der PCV-Chemotherapie, was sich auch in der Kombination widerspiegelt mit 6,8 versus 14,7 Jahren. Die IDH-mutierten Patienten, die keine Kodeletion haben, haben damit einen positiv prognostischen und prädiktiven Faktor und einen negativ prädiktiven und prognostischen Faktor, was sich auch widerspiegelt in einem schlechteren Überleben und weniger ansprechen auf die PCV-Chemotherapie. Aber auch in dieser Kombination ist eine PCV-Chemotherapie immer noch prognostisch signifikant besser. Bei einem IDH-Wildtyp ohne 1P19Q-Kodeletion hat man zwei negative prognostische und prädiktive Faktoren für das Ansprechen auf der PCV-Chemotherapie, was sich auch klar in den Überlebenszahlen darstellt. Das heißt, bei Patienten, die eine 1P19Q-Kodeletion haben, sollte man auf jeden Fall nach der Bestrahlung eine PCV-Chemotherapie anschließen. Bei Patienten, die eine IDH-Mutation haben ohne Kodeletion, kann man eine PCV-Chemotherapie anschließen, welches auch signifikant zu einem besseren Überleben führt. Bei Patienten mit einem IDH-Wildtyp sollte man keine PCV-Chemotherapie machen. Dieses jetzt in die Tabelle übertragen. IDH mutiert und Kodeletion mit PCV, ohne Kodeletion auch mit PCV, IDH-Wildtyp kein PCV. Jetzt gibt es noch einen sehr wichtigen Biomarker, insbesondere für die Gliome mit höherem WHO Grad, und zwar die MGMT Promoter. Hier eine EORTC-Studie zu Glioblastomen WHO Grad 4, welche untersucht hat, welche Auswirkungen eine zusätzliche T-Modal Chemotherapie auf das Überleben hat. Als erstes haben sie untersucht, wie das Überleben ist, wenn der Patient eine MGMT Promoter Methylierung hat oder nicht. Die Methylierten Patienten hatten ein erheblich besseres Überleben mit 15,3 versus 11,8 Monaten. Damit ist MGMT ein prognostischer Biomarker. Wenn man sich dann anguckt, wie das Überleben ist, wenn man zusätzlich T-Modal gibt, sieht man, dass in beiden Fällen das Überleben signifikant verbessert ist. Jedoch bei den Patienten, die keine Methylierung haben, nur um knapp einen Monat von 11,8 auf 12,6 Monate, während es bei den Patienten, die eine MGMT Promoter Methylierung haben, extrem viel besser ist mit 23,4 versus 15,3 Monaten. Damit ist MGMT auch ein klarer prädiktiver Biomarker für das Ansprechen auf eine T-Modal Chemotherapie. Wenn man die Daten jetzt in die Tabelle einträgt, bei dem IDH-Wildtyp, wie das bei Glioblastom normalerweise der Fall ist, haben wir einmal die MGMT Methylierten Patienten, welche auf jeden Fall eine T-Modal Chemotherapie erhalten sollten und die Patienten ohne Methylierung, denen man eine T-Modal Therapie geben kann oder auch einfach nur eine Radiotherapie machen kann. Eine weitere Studie von der RTOG Angliom-EAU Grad 2, das heißt auch IDH-mutierte Patienten, wurden von Bell et al. 2018 untersucht und dabei wurde festgestellt, dass die Patienten immer eine bessere Prognose haben bei einer MGMT Methylierung und T-Modal unabhängig von der IDH-Mutation. Das bedeutet, dass auch IDH-mutierte Patienten, wenn sie zusätzlich eine MGMT Methylierung aufzeigen, von einer zusätzlichen T-Modal Chemotherapie profitieren. In der Klinik ist es so, wenn man die Tabelle von oben nach unten durchgeht, dass die 1p19q-kodiletierten Patienten normalerweise eine PCV Chemotherapie erhalten, weil der Unterschied im medialen Überleben extrem groß ist. Bei Patienten, die IDH-mutiert sind und keine 1p19q-kodiletion haben, kann man PCV Chemotherapie machen oder T-Modal Chemotherapie. Bei den IDH-Wildtypen gibt man bei MGMT Methylierung möglichst immer T-Modal und bei nicht Methylierten nach Allgemeinzustand und Alter gegebenenfalls T-Modal zur Bestrahlung dazu.